Hi, heute meine Antwort zur gestrigen Fragestellung. Kennst du die Aminosäure L-Aginin? Die Aminosäure L-Aginin ist wichtig für die Bildung von Stückstoffmonoxid in deinem Körper. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Stückstoffmonoxid die Blutgefäße weitet und den Blutdruck senkt. Wenn nicht genügend Arginin in deinem Körper zur Verfügung steht, kann es zu Durchblutungsstörungen, Bluthochdruck und Erektionsstörungen kommen. Je älter du wirst, umso weniger produziert dein Körper Stückstoffmonoxid. Wie man hier auf dieser Abbildung sehen kann, werden deine Adern immer enger und verhärten sich, je älter du wirst. Die Lösung, was du dagegen tun kannst, vor allem durch Herz-Kreislauf-Probleme oder Bluthochdruck, zeige ich dir morgen in meinem nächsten Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Servus, ciao.